So, und ein schönes Hallöchen und Pöpöchen an euch allen kleinen Börsen draußen. So. Oh mein Gott, warum kommt sowas in einem Microsoft-Video? Ja, folgendermaßen. Ich hab folgendes Problem. Und zwar, wie ihr gleich danach sehen könnt, passen die beiden Schnittstellen nicht übereinander. Das heißt, das Video, was gleich Mantus von dieser Rederei hier kommt, passt nicht. Zum letzten Video, was ich aufgelandert habe. Folgt? Nein, ich habe nichts verändert. Ich habe alles aufgenommen. Das waren, ich guck mal, wie die Zeit das überhaupt war, ungefähr. Das waren gute 15 Minuten, die dann halt ich auch aufgenommen habe. Und dann sind wir das Spiel abgeschmiert. Ja. Und, äh, ich meine, das fand ich ja nicht ganz sehr witzig und so. Ich meine, das fand ich gar nicht lustig. Und diese 15 Minuten, sind ich weg. Die kann ich nirgendwo finden. Das finde ich nicht gerade sehr lustig. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ganz und gar nicht witzig, finde ich das. Ich kann nicht aber mal ungefähr sagen, was in den 15 Minuten passiert ist. Also, was kann man sagen? Also, ähm, hier sind, glaube ich, in die Höhle reingang. Ja, ich gucke es gleich mal ein bisschen. Ähm, wir müssten die Höhle reingang sein. Und zwar, sind wir. Nein, ich gucke mir jetzt nicht das Video an, was ich gleich nicht hochstellen kann. Ich gucke mir das letzte Video an und das Video, was halt danach kommt. Das inzwischen ist halt das, was, ja, kaputt ist. Ich sag jetzt mal so. Ich kann mal so ausdrücken. Ja, das kann man ja auch gar nicht mehr. Ja, geht schon. Und zwar das vorige, das ist bisher. Also, wir standen halt da drin. In unserem Haus. Haben, glaube ich, nochmal Waffen aufgefrischt. Nee. Ich glaube, wir sind einfach so rausgegangen. So war das. Ich bin, genau, ich bin hier noch später nochmal gekommen. Und rausgegangen. Ich weiß gar nicht, warum wir los eigentlich. Ich glaube, wir haben noch was gesucht. Ja, wir haben noch weitergesucht. An unseren kleinen Schatz da. Ja, voll normaler rausgegangen. Ein bisschen der Höhle rumgekrustet. Dann sind wir nach Hause gegangen. Hm. Ja. Was ist das? Das weiß ich von mir, das weiß ich gar nicht. Ah, genau. Wir sind einfach in die Höhle reingegangen. Ein von den beiden reingegangen. Ich weiß nicht mehr jetzt genau, welchen. Wir sind immer weitergegangen, weitergegangen. Da kamen wir irgendwo an, wo wir auch nicht waren. Oder? Ich weiß nicht, ob wir das schon waren oder nicht. Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Naja, auf jeden Fall. Also, entspannen. Es tut mir wirklich leid, dass es nicht geht. Das ist richtig scheiße. Ich hab mich so aufgeregt. Das kann ich mir nicht vorstellen, Kerle. Naja, gut. Sollen wir dann machen, ne? Also, bis dahin. Und ich hoffe, dass nichts nochmal passiert. Also, es ist echt scheiße, weil Preps waren am Laufen. Das Ding schmiert ab. Preps schließt sich ja. Und... Ja. Scheiße, toll. Puh. Nee, wir haben kaputt machen, ne? Warum auch nicht. Ich mein... Warum es mal mit mir passieren muss. Naja. Also. Bis dann, meine lieben Freunde. Ciao. Ja. Da hab ich schon mal gerade abgeschmiert. Naja. Da hab ich schon mal gerade abgeschmiert. Da hab ich schon mal gerade abgeschmiert. Ach ja. Es ist gut, dass wir gleich wieder rauskommen. Die Frau und zwei Kinder. Naja, was solls. Digga. Digga. Was solls. So, wir kommen hier wieder raus. Ach, ja. Okay. Ich muss zum Beispiel hierher. So. Was ist bekannt vor? Toll. Ich muss nur aufpassen. Ah, hier bin ich wieder. Okay. Lass dich. Ich muss sie dann in dieser Kasse. Okay. Ja, ich kann kurz nie. Ich kann kurz nie. Ja, ich kann kurz nie. 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 Ich kann kurz nie.